Nach Tanz, Sause und Urlaubspause ist Chrysanthi Kawasi jetzt endlich wieder zurück am GZSZZ und mit ihr eine packende Story rund um ihre Rolle Laura. Aber wie geht es nach dem vermuteten Tod ihrer Rolle überhaupt weiter? Einen ersten Einblick gibt die 34-Jährige oben im Video. Wie geht es mit Laura jetzt bei GZSZZ weiter? Nach ihrer Teilnahme bei Let's Dance steht Chrysanthi jetzt wieder im wunderschönen Babelsberg für GZSZZ, jetzt auf RTL Plus streamen, vor der Kamera. Und spannender hätte ihre Rückkehr wohl kaum sein können, denn während ihre Familie glaubt, sie sei bei einem Flugzeugabsturz verunglückt, ist Laura in Wirklichkeit noch am Leben und eine Agentin ist ihr auf der Spur. Wie geht diese packende Story weiter? Dazu verrät Chrysanthi, Laura wird schon bald an den GZSZZ-Kiez zurückkommen, verändert und verunsichert? Wie wird ihr Umfeld auf sie reagieren? Sie weiß nicht, was sie erwartet und vor allem, ob jemand auf sie wartet. John, auch Chrysanthi Kawazis Sohn ist im Tanzfieber. Auch wenn die, Let's Dance, Zeit mittlerweile schon ein paar Wochen zurückliegt, ist es für Chrysanthi ein Kapitel, was sie niemals vergessen wird. Die Zeit war unfassbar aufregend und es war einer der schönsten Zeiten, die ich je bei einem anderen TV-Projekt hatte. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und ich konnte mich mal privat und von einer anderen Seite zeigen. Die meisten Zuschauer kennen mich ja fast alle nur als Laura, so die 34-Jährige. Zudem hat die Schauspielerin in der Zeit wahnsinnig viel über sich selbst gelernt. Ich habe viel über mich und meinen Körper gelernt und gemerkt, dass man über sich hinaus wachsen kann, wenn man nur möchte. Und weil das Tanzen so schön ist, wird damit natürlich weiter gemacht. Tatsächlich habe ich vor, weiter zu tanzen. Die erste Tanzstunde ist schon gebucht. Die mache ich erst mal alleine. Aber Tom und ich haben tatsächlich vor, mal gemeinsam einen Tanzkurs zu machen. Darauf freue ich mich schon sehr. Chrysanthi des Tanzweibes haben auch ihren Sohn angesteckt. Mein Sohn ist dem Tanzen durch, Let's Dance, auch näher gekommen. Wenn das Lied, Flowers, von Miley Cyrus im Radio läuft, ruft er ganz laut. Mama, das ist dein Lied, und fängt an zu tanzen. Er war bei der Generalprobe im Studio, als ich zu dem Lied meinen Cha-Cha-Cha getanzt habe. Und seitdem ist er hin und weg. Chrysanthi war mit ihren beiden Jungs im Urlaub. Die freie Zeit nach der Tanzshow hat Chrysanthi genutzt, um sich ganz ihren Männern zu widmen. Gemeinsam mit Ehemann Tom und ihrem kleinen Sohn ging es in den Urlaub nach Griechenland. Sonne pur gegen die Blasen an den Füßen Entschuldigung, der hat sich nicht gespielt, und ich habe ihn nicht geholfen, Verst du daher, ich habe ihn nicht geholfen. Er macht es nicht zu daran, ich habe ihn in die Brüche geführt.